...erzählt. Ja. Hier lang! Komm schon! Beeil dich, Mann! Aber das können wir gebrauchen. Nimm das mit zum Reforge. Du kannst damit eine neue Waffe drucken. Dann hab ich Zeit nicht ins System zu hacken. Bitte treffen Sie eine Auswahl. Die UN-JC haftet nicht für die virtuelle Detektion. Okay, alles klar. Um hier abzuhauen, brauchen wir ein Schiff. Eins, das du fliegen kannst. Hier gibt's einen, der sich ins Netz hacken und eins aus dem Orbit rufen kann. Leider sitzt er in der Shoe. Hochsicherheit. Verdammt schwer, da reinzukommen. Nervt das Chor? Ja, schon von Anfang an. Ja, die können einem das Hirn aufweichen. Keine Sorge, man gewöhnt sich dran. Kennst du hier wirklich gut aus? Ja, ich hatte sehr viel Zeit. Gut, und was jetzt? Die Shoe? Spazieren wir dir einfach so rein? Schön wär's. Aber so einfach wird's nicht machen. Ich bin schön lang hier und hab Privilegien, die du nicht hast. Also schick ich dich woanders lang. Aber ich bin dafür deine Augen und Ohren und führe dich. Lass mich nur nicht hängen. Werde ich nicht. Außer du kennst noch mehr Piloten. Nein, leider nicht. Ich mach dir diese Tür auf. UJC-Druck wünscht Ihnen einen United Tag. Lass mich schon weiter. Lass dich alles wieder berühren. Ja, bitte. Drucken! Abgeschossen! 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 Ne. Bei Problemen bitte an den Administrator-Ventüren. Qualitätsprüfung bestätigt. Oh, God. 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 Versöhnliches Logbuch, Dr. Caitlin Mahler. Heute in Black Island angekommen, Cole das erste Mal getroffen. Er hat mich dazu autorisiert, das Programm neu zu starten. Das wird nicht einfach sein, aber ich vertraue auf mein Team. Sie wissen genauso gut wie ich, was auf dem Spiel steht. Die Möglichkeiten. Das war's. 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 Das war's.